Diktate aus dem deutschen Schrifttum Heinz von der Aachen, der Eisvogel Ein kleines Ding, so groß wie eine Kinderfaust, mit einem großen Kopf, der ganze Vogel ist fast nur Kopf, mit ganz kurzen Fittichen und mit einem langen, dolchartigen Schnabel. Das Wundersamste aber an diesem Piepmatz ist sein Federkleid. Der große Schnabel und der Oberrücken erstrahlen in einem leuchtenden Türkisblau, so unwahrscheinlich blitzend und blinkend, dass man meint, nun plötzlich im brasilianischen Urwald zu sitzen, wo es viele solcher Farben Wunder gibt. Dichte, mehrblaue Querbinden laufen über Kopf und Hals auf grün-schwarzem Grund. Eine rostgelbe Kehle schimmert und zinnoberrot leuchtet der Bauch. Kleine, lackrote Ständer ragen daraus hervor. All das in einem berückenden Glanz und wie aus Edelsteinen zusammengesetzt. Dieser leuchtende Piepmatz aus Edelsteinen ist ein ganz frecher Fischräuber. Er schwirrt wie ein Pfeil über die Wasserfläche und wo sich ein Silberrücken, ein Schuppenpanzer unter der Kristalldecke sehen lässt, stößt er mit seinem Dolch-Schnabel hinunter. Zuweilen sind sie so groß wie er selber, die Beute Fische, die er herausholt und fortschleppt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017